Hallo ihr Lieben! Unsere Reise endet genau da, wo sie begonnen hat, nämlich in der Verkehrszentrale Deutschland. Und ich durfte lernen, wie bunt und wie vielschichtig die Welt der Autobahn ist. Und vor allem konnte ich die Menschen kennenlernen, die hinter diesem gigantischen Projekt stecken. Darunter echte originale Autobahner durch und durch mit Ecken und Kanten. Immer bereit für ein Gespräch, immer bereit mir zu helfen und mir was zu zeigen. Ich weiß jetzt, wie ein Tunnel atmet. Ich habe Autobahnbrücken von innen gesehen und deswegen möchte ich Danke sagen. Danke, dass ich mit euch dieses Abenteuer erleben durfte. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht und drücke euch die Daumen für den perfekten Übergang. In diesem Sinne, frohes Neues! Eure Helena! Jawohl! Schön ist das! Servus Neues! Servus Neues! Servus Neues! Untertitelung des ZDF, 2020